Es war ja nicht anders zu erwarten. Vater hat die Gelegenheit ergriffen und da seine Frau nicht da ist, sich erstmal ordentlich besoffen. Jetzt tanzt er auf dem Tisch und Töchterchen ist bereits tun von einem Glas Kinderwein. War wohl doch das Richtige drin. Wie schade, aber auch. Naja, wollen wir doch mal sehen. Tag 11? Tag 11. Ich bin mir ehrlich gesagt gar nicht mehr sicher. Ich glaube es ist Tag 11. Doch. Ja, Tag 11. Immobiltern. Zeug. Was ist das? Ich würde sagen, das kann man tatsächlich als Geschenk erkennen, selbst wenn man sich nicht allzu viel Mühe gibt. Es ist natürlich gruselig pink. Keine Frage. Aber das ist ja offenbar auch so gedacht, denn ja, das ist schön. Da soll offenbar eine Handtasche rein. Oder zumindest gehört sie dazu. Die ist auch knallpink. Wunderbar. Boxen wir die mal ein. Zack. Klick. Das sieht doch sehr ordentlich aus. Nicht wahr, Megablocks? Irgendwie könnt ihr das nicht so richtig. Tut mir ja auch leid. Das sieht sehr schön aus. Wo stapeln wir das mal? Unter dem nicht vorhandenen Baum vielleicht? Erstmal hier unter den Adventskranz. Wunderbar. Fall da, komm da mal runter. Das ist ja furchtbar. Und dann kommen jetzt die Minions. Wo bist du, Nummer 11? Ah, da. Wow. Es geht sinnlos weiter. Ja, was soll das sein? Immerhin ist ein Grutzeichen drauf, was offensichtlich darauf hinweist, dass Megablocks dachte, wenn wir ein Grutzeichen auf den Stein draufdrücken, ist alles besser. Dann gehört das zu Minions. Definitiv. Das kann dann keiner mehr verfehlen. Was es aber eigentlich sein soll? Ah, ich glaube, ich weiß was. Ein Nikolausstiefel. Das hätte man vielleicht am 6. reintun können, aber nö. Wozu denn? Ähm. Tam, 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 tam. 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 Ja, das hätte man auch sicherlich ohne das Zeichen drauf machen können. Das kann man sogar als Nikolausstiefel erkennen. Aber, ja, gerade so. Wunderbar. Leute, irgendwie, wenn hier nicht bald was Besseres kommt, vielleicht ein Minion zur Abwechslung, dann weiß ich aber auch nicht. Ich weiß aber, dass nicht bald ein Minion kommt, sondern noch mehr abstruser Kram, den kaum einer wirklich nutzen, schweige denn erkennen kann. Stellen wir das doch einfach mal hier hin. Wunderbar. In diesem Sinne, bis morgen. V段. Von. Untertitelung des ZDF, 2020